so und damit herzlich willkommen zu einem neuen part hollow knight hier auf meinem kanal das letzte mal hier in diese unterwelt geschafft in diese wasserwelt oder was war das denn hier wirklich sehr sehr ausweichen weiß es nicht so viel zu erkunden hier gerade hier die ganze und dieses gebiet habe ich sogar noch keine gerade nein was ich bin tot ich habe gar nicht auf meine leben geachtet oh nein oh nein scheiße ich habe gar nicht auf meine leben geachtet aber wir konnten auch damit hin dass ich da auf einmal zwei kassiere scheiße nein oh gott oh gott oh gott hey das wird das sieht gar nicht gut aus hier gerade nein ich bin schon wieder dead ich das jetzt überleben wie soll ich es überleben ich habe hier keine chance ich weiß nicht was passiert wenn ich zweimal sterbe dann nur rüberkommen bitte ich habe es geschafft bitte gib mir was nein es gibt mir nichts oh gott oh gott so ein scheiß ich muss das hier überleben runter doch verdammt auf verdammt ok bisschen komm immer hier lang ich brauche leben ich habe ein leben gerade oh ne ich fahr schon wieder ok 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 nein ich kann mir kein zweites aufladen scheiße nein mein gott muss ich zwei seelen einsammeln oder was oh man ich bin so ein schlechter spieler ich habe mich jetzt erstmal bisschen vor jetzt muss sie dagegen schießen mann immer noch nicht genug für ein weiteres leben mein dreck scheiße das bringt mir ja nichts komm bitte mit einem schwung der erste versuch bitte einfach ja okay ich hole meine seelen wieder okay nein okay drüben ist sie wenn du rüberkommst ohne zu sterben ja das ist noch nicht repariert doch sie ist wieder repariert oh huh dann muss ich mir sie danach nicht malen bei dieser anderen dingster ok oh gott nein was muss ich das vielleicht weg sprengen das ist wert nein ach man ich fall da die ganze zeit rein ich bin so ein schlechter spieler das kann doch gar nicht sein ok hier kommen wir schon mal nicht weiter das verfolgt mich ja wirklich mein scheiß wieder nur zwei leben ok ok nein 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 ok ok ein leben mhm aber ich kann mich auch lang wenigstens was jub 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 ich lebe ich lebe nur drei leben ich hoffe dass hier irgendwo ein Auflade-dings ist sonst bin ich echt ripp ok mit den fetten Quallen muss ich einfach am besten ausweichen also was besseres bleibt mir echt nicht übrig das ist intensiv so richtig intens ok puh schauen wir mal schauen wir doch nicht oh mein Gott pfff oh mein Gott ok oh nein oh Gott oh Gott ein zahnrad ... oh mein Gott wie gesagt es hat irgendwas gutes zu betonen ich will hier nicht wieder Ripp sein bitte so hallo liebes ich wollte eigentlich gerade zumachen und gehen aber dann bist du aufgetaucht Wenn du Interesse hast, biete ich dir gerne meinen Dienste als Bankerin an. Dein Geo zu verlieren ist schrecklich und das passiert viel häufiger, wenn du es immer mit dir rumträgst. Mein Tresor ist dann deutlich sicherer. Während meiner gesamten Karriere als Bankerin habe ich nicht einen Geo verloren. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, ein Konto zu öffnen? Wow. Oh, warte mal. Du hast leider nicht genug Geo, um mein Konto zu öffnen. Du warte, wenn du Geo hast, komm gleich zurück. Und wir werden dein Konto öffnen. Wir öffnen dein Konto, wie auch immer. Mann, ey. Scheiße. Mein ganzes Geo ist noch bei diesem anderen Ort, wo ich gestorben bin. Schade. Sollte ich hier reingehen? Ich sollte da reingehen. Oh, nein. Ist das Cruella? Cruella, Bruder! Was für ein Erlebnis. Ich hatte nicht erwartet, nach diesem nebeligen Abstieg, auf eine solch große Hirschkäferstation zu treffen. Ein Käfer von Heilandsnest müssen ein eindrucksvoller Schlag gewesen sein. Eindrucksvoller, verdammt. Wenn sie so tief in die Wildnis solche großartigen Bauwecke richten konnten. Die gefährlichsten Kreaturen in der Gegend scheinen noch nicht den Weg hier hinein gefunden zu haben. Idealer Ort für eine kurze Rast. Oh, bitte. Nein, geht hier. Hier ist doch gar nichts. Bitte sag, ich kann hier kurz rasten irgendwo. Was bist du? Das ist ein Stück. Nein, ich brauch das. Oh Gott. Ich brauch das doch. Worrell, du hilfst mir nicht gerade, Bruder. Wo kann ich denn rasten? Was bist du? Hallo? Oh, ich bin auf der Suche nach einem Leckerbissen. Ich bin auf einen einzigartigen kleinen Pilz gestoßen, der direkt über uns wächst. Ich habe ihn nur in dieser Station gefunden und er schmeckt himmlisch. Dieser Ort muss einst ein großer Knotenpunkt gewesen sein. An der Grenze zweier Länder. Der Nebel auf einer Seite und diese Buche rum auf der anderen. Keiner der beiden Orte scheint sehr einladend. Also bleibe ich hier, solange mein Leckerbissen reichen. Reichen, ja. Ja, und cool. Was habe ich davon jetzt? Ich bin doch mal jetzt hier. Ich bin doch mal ein Leckerbissen, Mann. Ich bin doch mal. Ach, Mann. Ich will doch nur ein Leckerbissen haben. Ich bin Leckerbissen. Okay. Schauen wir mal hier. Anscheinend ist dieses Schild nicht immer für böse Leute. Oh, ich kann rasten. Ich kann rasten. Oh. Ich sitze. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, war es das an dieser Stelle schon mal. Erstmal. Mit einem weiteren Lord of the Night. Wenn es euch gefallen hat, liked. Das Nabu da kommentiert. Es tut mir sehr leid, wie ich in diesen Part reingeschissen habe. Aber wir haben die Libelle kennengelernt und Borel wiedergefunden. Irgend so ein Riesenfeeder auch gesehen. Das heißt, ich würde sagen, es war trotzdem erfolgreich. Und ja. Wenn ihr Spaß hattet, lasst wie gesagt ein Like da. Man sieht sich, ne? Tschüss.